Wenn man viele Jahre dabei ist, gibt es trotzdem immer wieder was Neues. Es gibt neue Themen, es gibt neue Kollegen in der Vollversammlung und der Gedankenaustausch ist dann immer wieder erfrischend. Es ging gar nicht, das ist vorgeprägt. Wenn man mit dem Vater groß wird, dann kennt man den Betrieb und somit ist die Linie klar aufgezeichnet. Mit körperlicher Arbeit. Ein bisschen im Wald, ein bisschen Holzfällen oder ähnliches. Das Handy. Nicht, weil mich so viele anrufen und weil ich es brauche, aber es gehört eben dazu heute. Um halls OM 20 18